Wenn aus Brandstiftung mordwert, kocht die Stimmung schnell hoch. 25.000 Euro Kopfgeld. Das ist ja Vollidiot, der versaut uns alles. Der Kopfgeld aussetzt Streubgift. Da darf die Polizei nichts anbrennen lassen. Wir müssen Pandoras Dose gleich schließen. Pandoras Buse. Hey, mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß! Feuerteufel, der Tatort. Sonntagabend im Ersten. Sonntagabend im Ersten.